Willkommen bei ehrlichetests.de. Heute haben wir den Trinkschlauchadapter bzw. ein Trinkschlauchsystem für PT-Flaschen. Hier haben wir drei Adapter für verschiedene Systeme bzw. für verschiedene Flaschen, auch für Trinkblasen und andere Sachen, die man verwenden kann, aber uns interessiert da mehr. Dieser Adapter, der hier schon dran ist, der passt nämlich auf alle gängigen PT-Flaschen, von ganz klein bis ganz groß wie die 2-Liter-Flaschen. Der Endschlauch ist verstellbar für eben, wie gesagt, größere Flaschen, kleinere Flaschen, die natürlich eine gewisse Tiefe haben. Der Schlauch ist fast 1 Meter, also ca. 90 cm. Für unsere Zwecke völlig ausreichend. Ein Mundstück mit einer Kappe, jederzeit verschließbar gegen Hygiene, Sauberkeit oder je nachdem. Und dieses Mundstück hat drei Einstellungen, geschlossen, halb und ganz offen. Für wer Durst hat und einfach mal richtig trinken oder einen großen Schluck nehmen will, geht auch ohne Probleme. Man verduchst also nicht, wenn man jetzt denkt, durch den Schlauch kommt zu wenig oder passt alles. Super Idee, praktisch und viel Nutzen. Kommen wir zu der Flasche. Ganz simpel, aufschrauben, alten Deckel weg, wohin auch immer. Und einfach den Adapter aufschrauben. Beziehungsweise vergesst nicht, die Flasche ist tief, zieht den Schlauch ein bisschen tiefer. Man sieht, wie weit man ziehen kann. Mal so. Dann solltet ihr bis zum Grund kommen. Verschließt diese gut und habt schon euer fertiges Trinksystem.